hi freunde und herzlich willkommen zu meinem channel und herzlich willkommen zum nächsten test und zwar rauch sparkling ist bleibt dran von rauch habe ich auch neulich beim supermarkt meines 231 gefunden das hat um etwas unter einem euro meine ich gekostet ich weiß es nicht mehr testen wir es doch einfach mal eistee mit zitrone und schwarztee und so weiter das design also 29 kilogalorien hat es auf 100 milliliter was ziemlich gut ist das design finde ich klasse hier ist es fällt ins auge ja so so prickelnd wie du ein schöner spruch drauf wunderbar gibt schon mal für das design sollte vier sterne das ist voll heiß heute so sparkelt ganz schön riechen würde gar nichts warum weiß ich nicht post also schmeckt ich würde sagen schmeckt nach zitrone light könnte man sagen ich habe den zitrone auch schon getestet den seht ihr in den in der playliste getränke test schmeckt nach zitrone leid und es ist schon spritzig also schmeckt schon ja aus bageln ja preis leistungshelden ist daher drei sterne dafür und geschmack geschmacklich kriegt dieser raucheis sparkling ist auch von mir sagte drei sterne weil der andere war ein bisschen kräftiger das war es wieder für heute keine zeit wenn ich verkehrt abonniert meinen channel und macht mir vorschläge was noch testen kann ihr seht ja wird alles getestet als dann gute fahrt und so mädels